Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Nether. Ja, wir sind hier noch unterwegs. Wir waren ja letztes Mal kurz vor der Safe Zone, aber dann habe ich nicht mehr darüber nachgedacht. Ich depp, dass, wenn man ja das Spiel verlässt, wieder woanders spawnen wird. Ja, wir haben wieder eine... Ja, wir haben volles Inventar, würde ich mal so behaupten. Wir haben hier jede Menge Klamotten. Und ich höre schon wieder Monster. Finde ich total geil. Wir müssen dringend in the Safe Zone. Yes, that's the reason what we had to do. Oh, St. Williams Church. Oh, geil. Wir gehen hier runter. Darunter. Also links müssen wir. Links. Darüber. Und dann könnten wir St. Williams Church gnadenlos durchballern. So, wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir hier zur Kirche kommen, weil wir können nichts mehr mitnehmen. Macht jetzt auch natürlich nicht wirklich Sinn. Da ist die Kirche. Das wäre so geil. Wir kommen da genau vorbei, ne? Wir müssen da vorbei. Das hieße, wir könnten ja eigentlich mal einen Abstauber hier rein machen. Warte, wir schmeißen jetzt erstmal alles weg, was wir nicht brauchen. Drop. Warte mal. Das haben wir im Dings. Drop. 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 So, den Rest nehmen wir mit. Genau. So, dann haben wir wieder ein bisschen Invent-Doddy. Vielleicht haben wir Glück, weil da findet man öfter mal waffenmäßig irgendwas. Okay. Jetzt komm, gib mir was anständiges. Flashback. Flashbang. Verpiss dich. Will ja auch keiner haben, die Scheiße. Immer wieder dasselbe mit euch hier. Oder da sind die Kotzköppe. Aber die sind nicht gefährlich. Nicht wirklich. Okay. Scheiße, weg hier. Jetzt haben wir ein ernstzunehmendes Problem. Wir haben ein ernstzunehmendes Problem. Der war nicht gut. Der war nicht gut. Jetzt haben wir die ganze Bagage am Arsch kleben. Okay. Okay. Piss dich. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Linksraum. Lasst uns überleben. Alter, die spawnen genau unter. Also wir werden hier sterben. Ich bin mir da hundertprozentig sicher. Da ist die Safe Zone. Hilf uns. Hilfe. Vor der Safe Zone werden wir sterben. Ey, verdammtes Drecksvoll. Kommt jetzt. Komm, 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 hilf uns. Hilf uns doch. Wow. Wow, Kinders. Alter. Das war's very knapp. In was very tight. Alter Schwede. Boah. Wir nehmen mal eben was. Okay. Alter, das war mal mega knapp. Puh. Puh. Okidoki. Verdammtes Drecksvoll. Glück. Was wir ein Glück hatten. Sollen wir erstmal gucken, wo wir hin müssen? Ja, nee. Ich hab nämlich gar keinen Plan mehr. Wir müssen erstmal gucken, wo wir hier verkaufen können. Ich glaub ja, auf der anderen Seite. Meine Fresse war das eng. Das war mal richtig knapp. Okay, hier glaub ich können wir Waffen bauen. Ich weiß ja gar nicht mehr so genau. Ja, hier können wir... Ah, wir könnten unsere Pistole kraften. Aber die will ich nicht. Aber ich glaub, die Teile haben wir hier. Und könnten... Ey, oder? Okay, wir müssten auf jeden Fall erstmal... Da hinten rüber. Genau, da hinten rüber. Alter, das ruckelt hier wie Sau immer in den Safe Zone. Das ist zum Kotzen. Aber nicht so schlimm. Wir werden auch das überleben. Ih. Äh, nee. Da ist der. Genau, da ist der Wagen. Boah, Alter. Das war richtig tighty tighty. Okidoki. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Flashback. Da könnten wir eine von verkaufen. Ja. Die kommt weg. Das tun wir hier rüber. Wir könnten ja alles an Waffenteilen mal mitnehmen. Und gucken, was sich so bauen lässt. Okay. Ich glaube, das wird nicht ganz so viel sein. Oder? Ich glaube nicht. Schade drum. Weg damit. Weg damit. Die brauchen wir nicht. So, das haben wir jetzt. Soweit haben wir alles. Zell. Das Blut tun wir auch noch hier bei. Okay, das geht nicht. Ich muss mal ein Zell reintun. Zack. Zweimal Blut. So, jetzt haben wir soweit alles rübergeballert, ne? Den Schlüssel tun wir auch mal hier rüber. Den müssen wir auch nicht immer mitschleppen. Ist ja dumm. Dumm Tüch. Okay, dann lass uns mal gucken. Wie viel Crewle haben wir überhaupt? 217. Wir können auch sowieso waffenmäßig hier nicht viel kaufen, ne? Im Store. Waffen. Money. Handschlagwaffen. Ja, tolle Wurst. Okay, 300 Dollar. Mhm. Okay. Ich will auch nicht traden mit dir. Es liegt mir fern. So, mal schauen, ob es hier irgendwas gibt für uns. Ich denke mal eher nicht. Ne. Also, wenn du, hier gibt es nicht viel. Und eine Pistole will ich nicht schon wieder machen. Haben wir schon. Uns fehlt hier irgendwie was. Was haben wir denn? Ah, ja, uns fehlt. Ein Teil fehlt uns. Ein einziges Teil. Okay, nicht schlimm. Wir gehen jetzt erstmal hier raus. Das ist mir zu ruckelig. So, wir bringen mal die Sachen wieder ins Dingensgebumsenen rein. Ja. Und dann machen wir uns auf den Weg nochmal zur Kirche. Aber da müssen wir echt aufpassen, sonst sind wir sowas von tot. Okay. Die tun wir rüber. Zack. 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 Das tun wir hoch. Haben wir sonst noch was hier? Ja. Zack. Zack. Die lassen wir auch hier. Zack. Und. Zack. Und das war's, ne? 217 Dollar. Wir haben 15 Schuss da noch. Also viel Muni haben wir nicht. Oh, alter Schwede. Hm. Muni. Store Muni. 15. Die kosten 150. Alter. Die kosten 100. Also, wenn wir uns verteidigen wollen, sollten wir vielleicht einmal hier kaufen. So, 24 Schuss. Und vielleicht nochmal. Ist egal. Damit wir uns zumindest ein bisschen verteidigen können. Wo ist die Church? Geradeaus einfach. Hm. Geradeaus ist die Kirche. Nether Search. Ah. Da hinten. Da ist. Deswegen ist das so voll. Da ist der. Der Nether. Der große Nether. Deswegen. Da sollten wir nicht hingehen. Da sind wir sowas von Geschichte. Das lassen wir. Deswegen waren da auch so viele. Und da haben wir keine Chance. Da werden wir auf jeden Fall sterben. So. Wir werden erstmal hier abgrasen. Oh. Haben wir da. Geld. Okay. Wir gehen hier runter. Weil das ist zu gefährlich. Okidoki. Weiter geht's. Da hinten ist Feuer. Da könnten wir nochmal schauen. Boah. Da liegen die Leichen hier drüber. Boah. Boah. Übel. Vielleicht haben wir denn hier freies Feld. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß. Dann müssen wir gucken, dass wir beim nächsten Mal, voraussichtlich beim nächsten Mal, mal zur St. William Church kommen. So. Hier ist Feuer. Feuer, 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 Feuer. Du kleine Mist. so, tschuldo ok, wir müssen mal was essen wir laden uns gar nicht auf und dann hauen wir uns noch so ein Riegel rein, komm ok, ok Muni, komm gib uns Muni immer dieselbe Kacke, was soll man damit ah, da ist noch mehr jetzt ist nicht ok, jetzt gehen wir wieder zurück zur Safe Zone holen uns den Schlüssel und werden dann hier wieder hinflitzen ey, das ist nicht euer Ernst, ey jetzt leck mich doch am Arsch Entschuldigung, muss ich jetzt einfach mal sagen mal gucken vielleicht kriegen wir hier was Gutes wenn wir da den Schlüssel für benutzen wer weiß, wer weiß wer weiß, aber ich denke schon, weil mal gucken, wir gucken einfach mal wir müssen jetzt nur den richtigen Weg gleich wieder finden so, Schlüssel leer Schlüssel leer ja so, achso, die Muni brauchen wir ok, sonst haben wir hier noch nix, ne ne, 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 ne so, tschüss wir sind wieder weg machs gut tschüss implemented we müssen jetzt wieder hinten rüber ne öhm, ja Wo sind wir hier rausgegangen? Müssen wir erst mal gucken. Ich habe mich verlaufen. Okay, wir sind hier raus. Und sind dann rechts die Straße runter. Hier runter. Hier. So. So, einmal aufladen. So, jetzt holen wir uns aber die Klamotte. Verdammte Hacke. Hätten wir eigentlich nicht so einen riesen Umweg laufen müssen, aber... Darauf geschissen jetzt. Reaper survived. Ja, klar. Den kannst du auch nicht alleine besiegen. Da bist du nämlich tot. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wow. Alter. Nee, das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist alles nicht euer Ernst. Ich kann das alles gar nicht mehr mitnehmen. Weg hiermit. Ey, wir haben kein Backpack. Ey, wir haben kein Backpack. Abwinken. Alter, verpiss dich doch mal. Jan, wir haben, wir haben. их Robin. сценarie. Ja, der ist organ, wir haben. Wir haben, wir haben. Ent bookstilie. Da ging, ich bin jetzt ein Pod ‑‑ Wir haben. ocratisch.